Hi. Ja, freue ich mich schon. Brauchst du einen Freund? Nein, ich habe Freunde. Wie war das jetzt hier? Gegenüber vom Turm muss die Dame sein. Ich glaube der Turm ist in der Mitte, ja. Nee, wir haben Turm in die Mitte gestellt. Da muss die Dame hin. Mhm. Und den anderen möchte ich jetzt den König hinstecken. Jaaaa! Ach, jetzt Ada. Ich bin fast da, Ada. Ada Wong oder so wie die heißt, ne? Ich bin unterwegs. Äh, warte mal, lacht mal die Mech grad nach. Hier. Dieser eine Schuss ist wichtig. Jetzt die Frage. Na, es ist drin. Ähm, kann man auch okay. Bleib bei der gute alten Schatti. Ist fast gespeichert. Links unten ist was? Ja. Oh, Kraut. Ja. Okay. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Ich glaube das wird ein Bossfight. Ich bin vor dieser großen Tür. Ich glaube das ist Ada. Aber erstmal gucken was... Ada muss warten. Dies will ich nicht. Krabbelviecher? Nein. Ops. Darauf schießt Bumm, alles tot. Ich will nicht. Okay. Oh, das ist wieder das. Das kennen wir jetzt. Ich muss in den roten Bereich kommen. Das muss ich? In den roten Bereich kommen. Das war's mir. Ich weiß nicht. Elektroniker. Ja, voll live. Wir haben's drauf. Wo ist das Taschenopper eigentlich drauf? Das ist viel zu hell. War das F? Äh, ne. Haben wir nicht. Die ist im Auto. Mach, mach, mach ich. Dich. Oh mein Gott! Ähm. Hä, wie soll ich das hier machen? Wenn er sich nochmal zeigt. Auf ihn ballern. Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht ob... Nein! Warte an! Sie haben kaum gelegt. Ich könnte nicht auf den Arm schließen, oder? Weiß nicht. Hä? Vielleicht kommt es ja gleich runter. Ich weiß es nicht. Wo ist denn jetzt hin? Wie ist das Feuer oder was? Ich versuche mal so lange wie möglich zu überlegen. Vielleicht fliegt er gleich runter. Dann ballerst du neben. Der bricht gleich durch die Tür. Ah! Ah! Dieses Idiot. Dieses Idiot haben wir aus Feuer. Äh. Heilmittel war auf welcher? Schocker? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also wir haben keine... Wer ist noch am Leben? Hallo? Hallo? Ich los die Mack nochmal ins Auge. Oh, das ist gut. Okay, ja. Dann warte ich die Mack. Ich will mich halten. Nee, du musst das Ding aktivieren. Junge. Perfekt der Scheiße. Ich... Ich verstehe. Das Ding haut den gleich runter. Aufpassen, ne? Du musst das richtig teilen. Nur ein Treffer nicht mehr dauern. Aktivier das Ding. Rechts. Jetzt habe ich dich. So. Jetzt kommt das Ding wieder, glaube ich. Genau. Willst du nicht halten? Tapp. 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 Benutzen. Ich versuche den da dran zu halten. Oh. Hehehe. Okay. Okay. Hm. Das heißt, er wusste also auf der Seite, wo wir gerade waren stehen. Mach den die selten. Das runterste war's, ne? Ja. Ups. Ja. Ich habe mich überdacht so, wann geht das gerade? Verdammt. Äh, ne? Ich sagte, äh, ne? Das war's, ne? Ja. So, ich habe es mir jetzt super gemacht, wenn das Präfer macht. Dasajustf. Das ist ein Kompat. Nein. Was ist, ne? Ich habe es mir' auch zu lange nicht verraten, wenn ich bin. Ah, nein. Es wird sicher, ich bin ein Zeug. ja jetzt ist jetzt ist das wird schon richtig Nee, jetzt musst du wieder die Dinger einfügen. Wenensam wieder nicht. Okay, jetzt noch mal heilen. Alter, das gibt's doch nicht! Das ist halt nicht sicher. Go Mario, go Mario! Steh auf! Er ist noch am Leben! Hallo! Sofort das Ding aktivieren. Er muss sich da positionieren. Okay, das ist eine schöne Flamme. Er muss noch stehen bleiben. Jetzt, 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 jetzt! Jetzt hab ich dich! Ah, ja, das haut jetzt weg! Geh schön nach hinten! Ja, boi! Oh, jetzt muss das mehrmals machen! Ich hab kein Leben! Warte, tapp, 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 tapp! Tapp! Dann kannst du schnell Munition herstellen! Äh, nicht Munition, ähm, Medizin! Nein, nicht das so! Ja, und jetzt, äh... Wir haben alles! Ja, das reicht! Ja! Inventar ein bisschen Aufräum. Ja, warte, warte, warte! Der muss... Ich glaub, du kannst ihn nicht umbringen! Du musst das über dieses Ding machen! Schön ausgewichen, du musst, ja ok, jetzt schließlich, der darf, der muss stehen bleiben. Ja ok, gut, das musst du jetzt wahrscheinlich mehrmals machen. Ja, alle Gute sind drei, ne? Ah, doch, ne zwei, gut. Jawoll, die Sau. Den, den tun der Pro noch. Ich hoffe, den bin ich los. Von wegen. Irgendwas im Nachhinein, oder? Doch, doch, die Mac, die Mac. Nein. Doch. Echt? Hä? Vielleicht soll die R drücken. Nee. Ich will jetzt gucken, ob hier irgendwas gibt. Da liegt was. Da rechts, da liegt ne Flashbang, glaube ich, oder? Du hättest ihn auch flashen können. Gut. Und ein Messer. Ein neues. Da lag noch, was ich weiß. Ja, Moni. Oh, 15 Schuss, Alter. Das ist jetzt ne Brücke. Geh, piste den Nachladen und dann... Eda rettet unsere Skull. Eda rettet unsere Skull. Durchbruch! Endo! Hier ist keiner. Oh, du willst den noch schnell abspeichern, oder? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich höre diesmal neuen Speicherstand auf. Ja. Was haben wir da oben eigentlich Platz gelassen? Äh, ich glaube, das oberste war mein... Ich hab mal kurz angefangen. Dann dachte ich mir, das können wir doch auch zusammen aufnehmen. Dann hab ich das... Hab ich neuer Speicherstand angelegt. Ja, komm, stehe ich direkt vor's Tor. Ada! Ada, wo bist du? Verfickter Scheiße, nein. Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du's hier raus schaffst. Solange du noch kannst. Ich werd dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt? Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif mal in der Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er mir helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Ernest hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, ma'am. Bestimmt kann ich später wieder gut laufen. Und springen. Klettern. Ja, siehst du, kann wieder nochmal laufen. Also, halbwegs normal. Ähm. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Das sollten wir für die nächste Aufwand machen. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Bist du? Nett. Ja, hast du das? Ausgenehm. Wie auf immer, diese Pasta. Es wird heller. Da! Ja, 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 ja. Ada, warte, warte, Ada, warte, warte. Spaß an. Lieber, muss Spaß an. Hey Ada, weiter geht's. Kannst nicht nach Schäder gehen. Gott, Ada. Verdammtes Bein. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Sie wird sich nur schlechter fühlen. Warte, 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 warte. Jetzt können wir jetzt provozieren. Kommt. Wie ist die Schulter? Schlemmer als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Geraden. Kommt. Echt das schneller? Wir müssen da hinten hin. Verdammt. Guck mal, so sieht das aus, wenn man laufen kann. Das ist das zu böse. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Looten, looten, looten. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Vielleicht gucken wir noch mal, was alles nicht ist. Ja. Da ist nicht die Kiste. Wo war der Weg? Ich sagte, da ist nicht die Kiste. Ähm, jetzt nach. Oh, schnell. Rechts. Und dann nochmal rechts. Los geht's. Wir sind bereit. Bremsen gelöst. Ich will wieder raus. Ich will wieder raus. Ich will wieder raus. Oh, verdammt. Weißt du, weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch. Aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Du kennst einen Tag lang. Und du mir? Einen halben Tag lang. Ganz ehrlich. Wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada. Du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Ich habe keine Autorität. Leon, schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ohhhh. Hebe sie flach. Jetzt schnell, schnell. Wer hat das gesagt? Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertraue mir. Nest wird in Kürze erreicht. Aber du meinst, du hast ja immer noch nicht leer. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. Wegschmeißen. Oh. Grundstoff reingestattet. Ich brauche noch eine Dusche. Lass mich rein. Ey da. Ist sie jetzt einfach eingeschlossen? Ja, dann ist sie wenigstens sicher, ne? Naja. Oh, Kiste. Das war also unnötig, was wir gemacht haben. Okay. Äh, oben. Erstmal nach oben gehen. Da ist es eine wunderschöne Aussicht, Chris. Ich kann die Eltern nicht sehen. Verdammt. Verdammt. Von vorne aber wahrscheinlich. ich kann schießen sie müssen nicht leiden du bist so ein guter mensch wollen wir hier die folge verändern ja ich gucke nur gerade noch was hier vorne uns erwartet und wie sie sehen sehen sie nichts von daher geht es in der nächsten folge weiter wenn diese tür gehen wird da kommt wieder so ein ding haus Halten Sie bitte Abstand, wenn Sie Ihre Vorstände haben. Was denn da ist? Wir sehen wieder in der nächsten Folge. Tschööö. Ciao. Schööö. Schööö.